Servus Thomas, du leitest das Caféhaus beim Eiskräsler. Was hältst du von Wertschätzung? Das ist eine der wichtigsten Komponenten in der Arbeit. Für meine Mitarbeiter ist es ganz wichtig, dass sie erfahren, dass sie wichtig sind für den Betrieb, als Mensch wichtig sind. Ich glaube, das ist ein ganz an hohen Stellenwert überhaupt in der jetzigen Zeit, dass der Mitarbeiter geschätzt wird und dass man gut mit ihm arbeiten kann. Dankeschön.